Du bist nicht allein. Irgendwo ist auch für dich eine Stelle. Die Anorexia nervosa, umgangssprachlich als Magersucht bezeichnet, gilt nach der ICD-10 der WHO als psychische Störung. Sie wird als Verhaltensauffälligkeit mit körperlichen Störungen und Faktoren klassifiziert. Auch wenn das gängige Schönheitsideal und die Medien mit Sicherheit eine Rolle dabei spielen, dass sich die psychischen Probleme vieler Jugendlicher in einer Magersucht manifestieren, ist dies keine Modekrankheit, sondern Ausdruck einer ernstzunehmenden psychischen Störung. Die unterschiedlichen wissenschaftlichen Erklärungsmodelle, vom psychoanalytischen bis verhaltenstheoretischen, sind sich darin einig, dass die Ursachen im familiären, sozialen und biologischen Bereich liegen. Eine Anorexie muss daher unbedingt und so schnell wie möglich professionell behandelt werden. Im fortgeschrittenen Stadium ist dies meist nur noch stationär zu leisten. Typischerweise ist die Anorexia nervosa gekennzeichnet durch ein restriktives Diätverhalten. Dies kann bis zu einer völligen Verweigerung der Nahrungsmittelaufnahme reichen und zum Teil eine lebensbedrohliche Gewichtsabnahme zur Folge haben. Das Essverhalten ist auffällig und zeigt sich beispielsweise durch Vermeidung hochkalorischer Nahrungsmittel, ein langsames Esstempo oder exzessives Zerkleinern von Speisen. Gedanklich sind die Schülerinnen und Schüler ständig auf den Themenbereich Essen, Gewicht und Figur fixiert. Zur ständigen Sorge vor einer Gewichtszunahme kommt eine Störung der Körperwahrnehmung, die sich in eine Überschätzung des Körperumfangs sowie in beständigem Klagen und Fehleinschätzungen bezüglich bestimmter Körperregionen, wie zum Beispiel der Hüfte oder dem Bauch, zeigt. Oft versuchen die Kinder nicht nur extrem wenig zu essen, sondern wenden auch vielfach andere Methoden wie Erbrechen, Einnahme von Abführmitteln oder exzessiven Sport mit zwanghaften Zügen an, um abzunehmen. Häufig kommen zu den Kernsymptomen der Anorexie weitere psychopathologische Auffälligkeiten wie depressive und ängstlich-phobische Symptome, Zwangsphänomene und perfektionistische Züge hinzu. Der chronische Hungerzustand zieht ernstzunehmende körperliche Folgen, zum Teil mit bleibenden Schäden nach sich. Hierzu zählen das Ausbleiben der Regelblutung, Beeinträchtigung des Herz-Kreislauf-Systems, ständiges Frieren oder Veränderungen der Haut. Auch wenn die Angaben zur Sterblichkeitsrate in Studien variieren, ist die Anorexie nach den Suchterkrankungen die psychische Störung, die bei jungen Frauen am häufigsten tödlich endet. Die Therapie einer Anorexie ist langwierig. Im Langzeitverlauf lässt sich sagen, dass ca. ein Drittel der Betroffenen gesund wird. Ein weiteres Drittel führt ohne Krisen ein unauffälliges, normales Leben. Er leidet in Krisen, aber gegebenenfalls Rückfälle. Und ein weiteres Drittel der Betroffenen bleibt krank. Mädchen und junge Frauen erkranken am häufigsten. Neuere Studien zeigen, dass die Krankheit auch beim männlichen Geschlecht zunimmt. Im Frühstadium der Erkrankung verhalten sich die meisten anorektischen Schülerinnen und Schüler vorbildlich. Wenn besondere Anforderungen gestellt werden, wie z.B. Referate oder Zusatzaufgaben, sind sie die Ersten, die sich melden. Trotz erheblicher Gewichtsabnahme erzielen sie, bis dies aufgrund der körperlichen Verfassung nicht mehr möglich ist, anhaltend gute Schulleistung. Oft ist dies jedoch mit einer erheblichen Ausweitung des Zeitaufwandes zur Vorbereitung und Bewältigung der Leistungsanforderungen verbunden. Denn das ständige Hungern zehrt extrem an den Kräften und die gedankliche Fixierung auf Essen und Gewicht schwächt die Konzentration. Während die Schülerinnen und Schüler häufig ihre außerschulischen Aktivitäten weiterverfolgen, ziehen sie sich häufig aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zurück. Bei fortschreitender Krankheit treten neben dem sozialen Rückzug auch in der Schule Probleme auf. Die Schülerinnen und Schüler sind niedergeschlagen, aggressiv und weinerlich und können die schulischen Anforderungen nicht mehr bewältigen. Sie frieren ständig und haben zunehmend Konzentrationsprobleme. Letztendlich sind sie nur noch körperlich anwesend. Wenn eine Lehrkraft den Verdacht hat, dass eine Lernende oder ein Lernender magersüchtig ist, empfiehlt es sich zunächst, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen. Erhärtet sich die Befürchtung, ist es ratsam, dass die Lehrkraft, die zu dem Kind das beste Verhältnis hat, dieses im Einzelgespräch darauf anspricht. In diesem Gespräch kann die Schülerin oder der Schüler mit der Wahrnehmung und der Symptomatik konfrontiert und zur Behandlung aufgefordert werden. Gewinn bringen kann es sein, wenn die Lehrerin oder der Lehrer ihre Unterstützung anbietet, zum Beispiel ein Gespräch mit den Eltern einzuleiten, gemeinsam nach Fachärzten zu recherchieren oder eine Beratungsstelle aufzusuchen. Weil es besonders zu Beginn der Erkrankung charakteristisch ist, dass die Lernenden kein oder nur ein sehr eingeschränktes Krankheitsverständnis haben, wird die Lehrkraft in vielen Fällen zunächst auf Ablehnung und Widerspruch stoßen. Davon sollte sich die Lehrkraft nicht abschrecken lassen, denn für das Kind ist es schwer, sich die Krankheit einzugestehen. Es sollte hier Verständnis signalisiert werden. Dennoch ist es ratsam, die Besorgnisse zu verdeutlichen und deshalb eine ärztliche Routineuntersuchung zu empfehlen. Nach einiger Zeit kann dann das Gespräch erneut gesucht werden. Bleiben Gespräche erfolglos, ist es ratsam, sich an die Eltern zu wenden. Mitunter ist das häusliche Umfeld jedoch auch nicht in der Lage oder Willens, sich professionelle Hilfe zu holen. Für den Fall, dass die Gewichtsreduzierung so weit fortgeschritten ist, dass ein ärztliches Eingreifen unabdingbar erscheint, muss die Schule als staatliches Organ einschreiten und unter Einschaltung des Gesundheitsamtes klären lassen, ob eine weitere Teilnahme am Unterricht noch zu verantworten ist. Mitunter ist das die einzige Möglichkeit, den Eltern und den Betroffenen die Realität einer lebensbedrohlichen Erkrankung vor Augen zu führen, die dringend einer meist stationären Behandlung bedarf. Grundsätzlich ist es als Lehrerin oder Lehrer nicht ratsam, co-therapeutische Funktionen zu übernehmen. Es sollen nur Hilfsangebote vermittelt und die therapeutischen Bemühungen bei Bedarf mit pädagogischen Maßnahmen unterstützt werden. Aufklärung über Essstörungen gehören mittlerweile in vielen Schulen zum Standard. Sie kann helfen, die Ernsthaftigkeit der Erkrankung zu verdeutlichen. Darüber hinaus trägt sie zur Früherkennung bei, indem sie die Betroffenen und die Mitschüler für die Symptomatik sensibilisiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017